KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Mehrere Festnahmen und Verletzte gab es heute Abend bei einer Schlägerei zwischen zwei Familien am Burger King in der Bruchwiesenstraße im Ludwigshafener Stadtteil West. Nach ersten Erkenntnissen kamen Stich- und Schusswaffen zum Einsatz. Eine Person wurde dabei so schwer mit dem Messer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Hintergründe zu dieser brutalen Auseinandersetzung der Migrationsmitbürgern hat die Polizei noch nicht ermittelt. Ebenso weiß man noch nicht, was das verunfallte Motorrad für eine Rolle in dem Fall spielt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage in den Griff zu bekommen. MRN News.de wird nachberichten.